Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute darf ich euch eine Software vorstellen, die ich bestimmt schon 1000 oder 2000 Mal benutzt habe und echt froh war, als der Hersteller auf mich zukam und fragte, ob ich nicht ein Video darüber machen möchte. Die Rede ist von Dr. Phone von Wondershare. Was dahinter steckt und was ihr damit machen könnt, in diesem Video. Dr. Phone ist eine Handy-Reparatur-Software, die über 150 Probleme auf einem Handy beheben kann. Ich habe regelmäßig viel mit Handys zu tun, mit verschiedenen Handys, die zurückgesetzt werden müssen, die irgendein Problem haben, die repariert werden müssen, die zu mir kommen, weil es irgendein Problem mit dem Handy gibt. Und meistens hilft ein Zurücksetzen des Handys. Doch vollkommen wertneutral betrachtet, haben die wenigsten Durchschnittsnutzer stets ein laufendes Backup von ihrem Handy. Bei iPhone-Nutzern mag das noch der Fall sein, aber nur solange sie ein kostenpflichtiges iCloud-Abo haben. Hat nicht jeder. Bei Android-Nutzern auch, dann liegt das allerdings in Google Drive und dann müsste man Google Drive und das Backup in den Einstellungen aktivieren. Macht auch nicht unbedingt jeder. Und wenn jetzt ein Problem mit dem Handy aufgetreten ist, dann guckt man manchmal ziemlich blöd in die Röhre. Und genau da habe ich Dr. Phone wirklich zu schätzen gelernt. Denn Dr. Phone zu benutzen ist immer so ein bisschen wie so ein OBD-Stick in ein Auto zu stecken oder wie so Menschen, die irgendeinen USB-Stick an den Computer dran stecken können und auf einmal laufen auf einem anderen Computer Zahlen über den Bildschirm und man kann alles auslesen und aus der Ferne reparieren. Ihr wisst wahrscheinlich so ungefähr, was ich meine. Aber Dr. Phone macht eben genau das fürs Handy. Ihr könnt euch Dr. Phone mal testweise kostenlos aus der Videobeschreibung herunterladen und mal ein paar Funktionen ausprobieren, die ich in diesem Video mal beleuchten möchte. Anfangen möchte ich dabei mit der Screen Unlock-Funktion. Denn auch das kennt ihr mit Sicherheit. Man hat nun mal im Laufe der Zeit verschiedene und mehrere Handys. Dann kriegt man ein neues Handy, legt das alte in die Schublade, kriegt wieder ein neues, legt dann das alte in die Schublade. Vor allem liegen da drei Handys mit vielleicht unterschiedlichen Bildschirmsperren-Pins oder Bildschirmsperren-Mustern und man fragt sich, wie man da jetzt rankommt. Man möchte das Handy nicht auf Krampf zurücksetzen, weil dann vielleicht irgendwelche Bilder drauf verloren gehen, aber möchte irgendwie da rankommen. Dann ist Dr. Phone in der Lage, verschiedene Bildschirmsperren und Pins vollkommen automatisch auszuprobieren. Das mag eine Weile dauern, aber ihr könnt euer Handy einfach an den Computer anschließen, Dr. Phone machen lassen und irgendwann kommt die wieder an euer Handy. Das ist super nützlich und kann einen durchaus von einem Datenverlust schützen. Daneben verstecken sich hier auch so kleinere Features, wie zum Beispiel das Problem, dass man beim iPhone den Aktivierungsserver nicht erreichen kann. Das sind Probleme, die treten vielleicht nur einmal im Leben auf, aber wenn sie auftreten, sind sie froh, dass irgendjemand daran gedacht hat, dass sie behoben werden können sollten und dann ist das in Dr. Phone möglich. Genauso ist Dr. Phone sehr sinnvoll, wenn ihr euer Handy verkaufen möchtet. Denn klar könnt ihr in die Einstellungen gehen und das Handy auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, aber das muss nicht immer heißen, dass wirklich alles restlos vom Handy gelöscht wird, was irgendwie mit euch zu tun hat. Es kann immer noch sein, dass irgendwelche Reste erhalten bleiben und wer ein bisschen pfiffig und versiert ist, kann da schon das ein oder andere noch wieder herholen. Ein sehr gutes Beispiel ist immer die Software Disk Drill, mit der ich aus zerschossenen Festplatten schon eine ganze Menge wieder geholt habe, wo man gedacht hat, okay, die Festplatte ist formatiert, da dürfte nichts mehr drauf sein. Doch, da ist noch eine ganze Menge drauf und mit Dr. Phone geht ihr sicher, dass da gar nichts mehr drauf ist, wenn ihr alle Daten runterlöscht. Bevor wir aber alle Daten runterlöschen, wollen wir in der Regel ein Backup machen. Und wie eingangs erwähnt, ist das durchaus mit Cloud-Services der Handyhersteller unmittelbar möglich. Aber man weiß nie, ob wirklich alles gesichert ist. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht doch 20 GB mehr an Bildern hat, als an kostenlosen Cloud-Speicher zur Verfügung steht. Denn Google Drive beschränkt den kostenlosen Speicher auf 15 GB, Apple sogar nur auf 5. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht in der Cloud abgesichert und wäre im Falle eines Handyverlust, Datenverlustes weg. Deswegen könnt ihr mit Dr. Phone komplette Backups von eurem Handy machen. Ihr schließt das Handy ab, sagt sichern und wiederherstellen, sichert sämtliche Daten lokal auf dem Computer und habt jetzt eine 1 zu 1 Kopie eures Handys. Wenn nun etwas mit dem Handy ist, könnt ihr es getrost zurücksetzen, eure Sicherungskopie aufspielen und macht genau da weiter, wo ihr das Backup gemacht habt. Deswegen ist es natürlich wichtig, regelmäßig solche Backups zu machen. Muss nicht täglich sein, aber wöchentlich ist durchaus sinnvoll. Wenn ihr nicht direkt alles löschen oder alles übertragen möchtet, dann könnt ihr mit Dr. Phone auch gezielt einzelne Dateien übertragen. So ist es auch möglich, zum Beispiel nur die WhatsApp-Instanz zu übertragen. Das heißt, ihr steigt jetzt zum Beispiel von einem Samsung auf ein iPhone um und möchtet WhatsApp rübernehmen. Dann könnt ihr beide Handys an den Computer anschließen, Dr. Phone starten und den WhatsApp-Transfer eröffnen. Gleiches gilt auch für WeChat oder Telegram. Dann könnt ihr alle eure Chats super einfach rüber transferieren. Und ja, bei Telegram geht das natürlich auch, wenn man sich unmittelbar einfach so anmeldet. Und auch bei WhatsApp ist es mittlerweile möglich, vom iPhone auf das Android-Handy umzusteigen. Allerdings ist auch dieser Vorgang immer noch eine kleine Hürde, weil temporär eins der Handys deaktiviert wird und dann hat man keinen Zugriff mehr. Und wenn dann irgendwas schiefläuft, ist man nicht immer 100% auf der sicheren Seite. Anders eben, wenn man das über Dr. Phone regelt. Dann sind beide Handys angeschlossen. Das ist eine Sache von fünf Minuten und die Daten sind übertragen. Und abschließend bietet Dr. Phone noch eine riesige Palette an Systemreparatur-Optionen. Solcher sind zum Beispiel Tonprobleme, dass ihr den angeschlossenen Kopfhörer nicht mehr nutzen könnt oder dass euer Display schwarz bleibt. All sowas könnt ihr über die Systemreparatur beheben. Es gibt eine erweiterte und eine Standardreparatur. Bei mir reicht meistens die Standardreparatur aus. Und in diesen Fällen installiert Dr. Phone auf Wunsch ein komplett neues, sauberes Betriebssystem auf dem Handy. Das heißt, wenn ihr das Handy nicht mehr bedienen könnt, weil es wirklich so verbuggt ist, dann könnt ihr über Dr. Phone eine neue Softwareversion auf euer iPhone installieren. Dabei gehen natürlich vorhandene Daten verloren. Deswegen solltet ihr vorher ein Backup gemacht haben. Aber dann habt ihr über diese Option immer die Möglichkeit, egal was mit dem Handy ist, irgendwie jedenfalls wieder an die Hardware dran zu kommen und neue Software aufzuspielen. Wie ihr merkt, nutze ich Dr. Phone also regelmäßig und es ist ein gutes Gefühl, Dr. Phone im Hintergrund zu haben, wenn man irgendwie mit irgendeinem Handyproblem nicht weiterkommt. Natürlich kann man viele Bausteine davon auch einzeln selbst zusammenbasteln. Aber zum Beispiel solche versteckten Unterfunktionen wie Mirror Go, womit man den gesamten Bildschirminhalt kabellos auf dem Computer spiegeln kann. Was mit dem iPhone über Airplay funktioniert, funktioniert schon lange nicht mit einem Android-Handy und dann schon nicht, wenn man es auf dem Mac spiegeln möchte. Mit Mirror Go ist das zum Beispiel kein Problem. Das ist ein Beispiel aus diesem vielseitigen Werkzeugset, das Dr. Phone liefert. Und deswegen ist das ein wirklich nützliches Tool, was in den verschiedensten Situationen hilfreich werden kann, wenn man irgendetwas mit Handys zu tun hat. Ladet euch bei Interesse Dr. Phone also einfach gerne mal aus der Videobeschreibung herunter und probiert die Software aus. Habt ihr Fragen oder Anregungen, dann lasst sie mich mal in den Kommentaren wissen, ich werde schnellstmöglich darauf eingehen. Hat euch das Video gefallen und geholfen, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke daneben, damit ihr nie wieder eins meiner Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.